Stellen Sie sich mal vor, ich habe hier so einen kleinen Laden und verkaufe hier solche Stifte. Sagen wir mal für heute nur noch 100 Euro. So, und jetzt kommt jemand und sagt, ich möchte gern so einen Stift kaufen. Ich sage 100 Euro Sonderpreis. Er gibt mir die 100 Euro, ich gebe ihm den Stift. Dann ist das für mich zunächst einmal eine Einzahlung. So, vielleicht doch einen Ertrag, da müssen wir gleich mal gucken. Aber zunächst mal, das was ich unmittelbar spüre ist, mein Zahlungsmittelbestand ist gestiegen. Wenn der jetzt kommt und sagt, boah toller Stift, 100 Euro, wie sage ich? Er sagt, habe ich im Moment nicht. Ich sage, komm, kein Problem. Neben dem Stift schon mal zahlst du morgen, habe ich eine Einnahme, aber keine Einzahlung. Aber in beiden Fällen, wenn ich jetzt die Umsatzsteuer für einen Moment mal ausblende, die lassen wir einen Moment mal weg, die ist nicht da, um es einfach zu halten, auch einen Ertrag. In beiden Fällen habe ich einen Ertrag. Und in der Gewinn- und Verlustrechnung, wo ich diesen Ertrag verbuche, ist die Gegenbuchung unwichtig. Ich buche entweder per Kasse an Umsatzerlöse oder per Forderungen an Umsatzerlöse. In beiden Fällen ist es auf der Erfolgsseite das Konto Umsatzerlöse. Und dem Konto Umsatzerlöse ist egal, wie das Gegenkonto hieß. Hieß es Kasse oder hieß es Forderung? Liquiditätsmäßig ist das aber nicht egal. Wenn ich über eine Einzahlung buche, das heißt über das Konto Kasse, habe ich gleichzeitig liquide Mittel. Wenn ich über Einnahme buche, habe ich keine liquide Mittel. Aber von der Erfolgsseite ist das Gleiche. Sehen Sie, dass man rentabel sein kann und trotzdem pleite? An dieser Stelle sehen Sie das schon. Wenn ein Unternehmen also bucht, per Forderung an Umsatzerlöse, per Forderung an Umsatzerlöse, per Forderung an Umsatzerlöse, gehen die Umsatzerlöse in die Gewinn- und Verlustrechnung. Auf der anderen Seite wird der Aufwand gegengebucht, wenn die Umsatzerlöse hoch sind und da sind, aber kein Geld in der Kasse. Das geht. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Sie sehen, wie wichtig diese Begriffe hier sind. Das ist ein wesentlicher Unterschied.